Willkommen zu einem neuen Projekt und ich dachte mir, bevor im Oktober oder November, wann es jetzt kam, das neue Call of Duty Infinite Warfare kommt mit dem Modern Warfare, alles Warfare, Remastered 1, dachte ich mir, kommt Masse Teil 2 und 3 natürlich auch mal. Ja, wie ihr seht, ich habe es mal angetestet, ob es auf dem PC läuft, weil PC, ich hatte es hier doch irgendwie rumfliegen und wie ihr auch seht, englische Variante, also wisst ihr, was das heißt? Viel Spaß! Jojo. Jojo. The more things change, the more they stay the same. Boundaries shift, new players step in, but power always finds a place to rest its head. We fought and bled alongside the Russians. We should have known they'd hate us for it. History is written by the victor, and here I am thinking we'd won. But you bring down one enemy and they find someone even worse to replace him. Locations change. The rationale. The objective. Yesterday's enemies are today's recruits. Train them to fight alongside you and pray they don't eventually decide to hate you for it too. Same shit, different day. You know what I'm looking for, Sergeant Foley. Keep your eyes open. Got a new badge hit in the pit today, sir. I'll send you the best I find. Okay. Welcome to Pull the Trigger 101. Private Allen here is going to do a quick weapons demonstration to show you locals how it's done. No offense, but I see a lot of you guys buying from the hip and spraying bullets all over the range. You don't end up hitting the damn thing and it makes you look like an ass. Private Allen, show them what I'm talking about. Grab that weapon off the table and fire at the targets behind you. Turn around and fire at the targets. No aim down the sight yet. I'm trying to make a point here. Just fire from the end. Eh, no. Oh, I must be here first of all, eh. Normalerweise bin ich der Controller hier, aber Maus. Ohlala. Ja! Ja. Ja. Ah! Ich kann es noch. Ein bisschen. Pssst. Ja, ich demonstrate. Okay. Okay. Genau. Okay. Bitte. Okay. Okay. Denk ich mir aus dem Weg. Hey, lass mich auch ein bisschen Basketball spielen. Ich mach ein Dunking da rein, Jungs. Hi. Oh Gott, da kommt wieder das ganze alte Feeling wieder hoch, ey. Mann, hab ich das gesuchtet damals. Okay, wer nicht, ne? Hi. Kann ich nicht jetzt schon? Sorry, Spoiler-Alarm. Ja, ja. Ja, ja. Alte Shooter-Regel, ich weiß. Ähm. Ich bin wieder. Oder. Ah. So. 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 Darf ich jetzt? So. 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 Ey, ich weiß, juckt mich aber nicht. Ich kann auch während des Laufens. Ja, ja. Ja, ja. Ich spreche. Ah, ah, ah. Los, los, los. So. Oh. Okay. Nein, normal. Nein, naja. Nein, nein. Nein, nein. Oh, Hunter unit. Get to your victor. We're headed out. We've lost contact. Everyone get to your vehicles. We're moving out. Let's get ready to roll. Oh. I'll be right back. Oh. 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 We are the most powerful military force in the history of man. Every fight is our fight. Because what happens over here matters over there. We don't get to sit one out. Learning to use the tools of modern warfare is the difference between the prospering of your people and utter destruction. We can't give you freedom, but we can give you the know-how to acquire it. And that, my friends, is worth more than a whole army base of steel. Sure, it matters who's got the biggest stick, but it matters a hell of a lot more who's swinging it. This is a time for heroes. A time for legends. History is written by the victors. Let's get to work. Yeah, Prime Halon! Rangers lead the way! Move! Okay. I'm going to have first put my hand in the war. Was ist das? Boah, das war ein bisschen zu hoch. Und nochmal. Ach komm, die Scheppen. Das war ein Headshot. Boah, ich freu mich schon wieder auf. BW3 und das Wienmarser. Tschöne. Krippi hat Position. Ja, ja, bin dabei, bin dabei. Was? So rönt man auf. Ja, 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 ja. Jungs, nicht so hetzen. Nicht so hetzen. Ich komm doch schon. Freu mal. Ja, 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 ja. Jungs, nicht so hetzen. Nicht so hetzen. Das da. Ach komm, ich räum die so auf. Nichts? Geht da auf. Ja, komm, die paar Meter. Geil. Ja, nee, ist klar. Fahren wir nach Downtown oder nach Victory Street? Wir fahren in den Frieden. Copy, Hunter 2. All Hunter 2 victors. Keep an eye out for Sivis. We're not ready to engage unless they fire first. Stand on the rooftops of Hostels. Stay frosty. He's in X. Ja, he's in X. This place is dead. Oh, ja. Overlord. 102,1. We're passing to handle Harvey. Cross Clockodee Elizabeth. Roger that, 102,1. Proceed with caution. Ist das denn keine Kamine parkst? slots get on? Ja, ja, ja. Ich habe sie schon im Augen. Ey, ich hab da einen gesät, ich, äh, hab da. Ich glaub ich brauch ne neue Mods. Nein, kann ich nicht. Was? Ist doch jetzt ein Witz. Ehrlich? Nur weil du, idiot, deinen Kopf nicht eingezogen hast? Das ist doch ein Witz. Boah. Fanta, die Feier. Wie steh ich auf Frosty? I got nothing to do. This place is dead. Weiß ich. Wieso fährt der eigentlich da runter? Tja, die gepanzerten Sachen, die kein offenes Dach haben, fangen unten, aber wir offen schön hier. Ja. Witzig. Wirklich witzig. Ich weiß. Ich zie die Burnhine. Nein. Nein, die Schüsse nicht. Aha. Oh, ich seh ich aber. Ach, wenn's krach ein bisschen schwieriger ist, weil ich sehne nicht mehr. Es wird wie gar nichts. Gar... Gar nichts? Ich weiß nicht, wo ich hinschieben soll. Okay. Dauerfeuer. Wohin? Hä. Hä, hallo, 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 hallo! Oh, okay. Da war feuer. Boah. Ja, ja, ja. Ich will ja ein Cover. Ja, ich weiß. Reload. Und direkt da sind. Da ja. Spart ungemein Munition. Ja, ich weiß nicht. Au. Ja. Nein, nein, nein. Bleib stehen. So, so, so. Das ist so ein Ding. Okay, hier ist alles sauber, Jungs. Clear. Quatsch. Ja, ja. Erst mal gucken, was ich hier so für Waffen habe. Fahl. Oh, shit. Wow, 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 wow. Okay. Warte mal, Bibi. Ah, geht doch schon. Ja, Nies. Klar, Junge. Dane. Ow, haut, haut, haut. Okay, hier ist für die Normale N. ... Boah, das Ding wollte ich eigentlich nicht. Oh, die Waffen. Was tut denn so? Uh, schön stabil. Okay, dann gehen wir mal weiter. Yeah, a cock. A cock. Steht? Haha. So, ja, was nix für gegen mein Aimings für, wa? Und, einmal da. Und, einmal da. Oh, mein. Haha. Aschen? Bye. Okay. Into the Chopper.